Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, auch wenn mir wie Sonntag ist, war, wäre, wie auch immer. 10.59 am 19.04.2019. Heute ist Karfreitag, Osterwochenende, alle oder viele haben lang frei und so auch der Benni und Icke. Und als ich heute meine Euklein aufschlug und ins WhatsApp guckte in unsere Gruppe, stand da, ja, los, lass spielen, bis Sebastian wach ist, bis zu Weltrang 5. Hat nicht ganz geklappt, denn ich war irgendwie 10 Minuten später wach und hab dann gefragt, und schon Weltrang 5? Nee, dauert natürlich ein bisschen. Sind, glaube ich, gerade auf dem Weg zu Weltrang 4. Und bei Weltrang 5 mach ich dann nachher einfach wieder mit. Und jetzt wird gleich erstmal gefrühstückt und dann gucken wir, was der Tag so mit sich bringt. Einzige feste Termin heute ist die Verabredung mit dem Putzlappen. Ein bisschen Staub wischen, nachdem ich gestern Staub gesaugt habe und ein bisschen rumgeräumt und ein bisschen weggeschmissen habe, werde ich heute mal die Oberflächen abwischen mit einem feuchten Tuch oder Lappen. Äh, und heute 18 Uhr bis 22 Uhr werden wir Fortnite spielen, zusammen mit dem Max Oka. Äh, ja, mal gucken, wie das wird. Wir müssen Woche 7 und 8 müssen wir machen. 6 haben wir gestern abgeschlossen. Und, ja, da sind wir mal gespannt, äh, was der Tag heute noch so mit sich bringt. Ich war eben unten, äh, in T-Shirt und kurze Hose. Hier. Knie. Äh, und es ist relativ, äh, warm. Ich glaube, es sind irgendwas so 16, 17 Grad momentan schon. Und, ja, ich bin, äh, angenehm überrascht. Ich freue mich schon auf Sonntag, da sind wir den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Und da wird es ähnlich warm, wenn nicht sogar noch wärmer werden. Ja. Gut, das ist es eigentlich von mir. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes, langes Osterwochenende im Kreis der Menschen, die ihr um euch haben wollt. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, heute 18 Uhr bei besagtem Fortnite-Stream. Oder zwischendurch in Discord oder online in einem Spiel. Oder spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog, äh, am Samstag. Was ist morgen, der 20. schon? Krass, wie der Monat auch schon wieder fast rum ist. Ja. Na gut, also, bis dann, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss.